Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4242 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir haben alles für deinen Geburtstag vorbereitet. Aber es gibt noch eine Überraschung. Wir haben alles für deinen Geburtstag vorbereitet. Aber es gibt noch eine Überraschung. Wir haben alles für deinen Geburtstag vorbereitet. Aber es gibt noch eine Überraschung. Wir machen von fast jedem Moment ein Selfie und schicken es an unsere Community. Wir machen von fast jedem Moment ein Selfie und schicken es an unsere Community. Wir machen von fast jedem Moment ein Selfie und schicken es an unsere Community. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Vor der Tür warten noch weitere Bewerber. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Vor der Tür warten noch weitere Bewerber. Leider müssen wir unsere Diskussion jetzt beenden. Vor der Tür warten noch weitere Bewerber. Ich garantiere den Erfolg. Deshalb wurde ich als Trainer engagiert. Ich garantiere den Erfolg. Deshalb wurde ich als Trainer engagiert. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd. Ich stimme vollständig mit deiner Meinung überein. Das Flugzeug ist vor einer Stunde gelandet. Ich bin auf dem Weg ins Hotel. Das Flugzeug ist vor einer Stunde gelandet. Ich bin auf dem Weg ins Hotel. Das Flugzeug ist vor einer Stunde gelandet. Ich bin auf dem Weg ins Hotel. Ich muss mich konzentrieren. Es wird eine Lösung für dieses Problem geben. Ich muss mich konzentrieren. Es wird eine Lösung für dieses Problem geben. Kaum jemand kennt mein Gesicht. Deshalb gehe ich oft als normaler Kunde in meine Geschäfte, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ich kann mich auf Mama und Oma verlassen. Sie sind immer für mich da. Ich kann mich auf Mama und Oma verlassen. Sie sind immer für mich da. Ich kann mich auf Mama und Oma verlassen. Sie sind immer für mich da. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Um nachdenken und neue Ideen entwickeln zu können, brauche ich Freiraum. Um nachdenken und neue Ideen entwickeln zu können, brauche ich Freiraum. Um nachdenken und neue Ideen entwickeln zu können, brauche ich Freiraum. Diese Pflanze ist gut gewachsen und wird bald zum Verkauf angeboten. Ich zeige euch, wie man dieses Gericht richtig zubereitet. Ich zeige euch, wie man dieses Gericht richtig zubereitet. Schaut es euch gut an. Ich zeige euch, wie man dieses Gericht richtig zubereitet. Schaut es euch gut an. Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Pakets mit Ihrer Unterschrift. Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Pakets mit Ihrer Unterschrift. Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Pakets mit Ihrer Unterschrift. Der Fischadler war erfolgreich bei der Fischjagd. Wir sind uns einig. Gemeinsam schaffen wir es. Wir sind uns einig. Gemeinsam schaffen wir es. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Projekt zu beginnen, aber es ist eine schwierige Entscheidung. Ist das Paket für mich? Ich kann nicht glauben, dass ich ein so großes Paket bekomme. Ist das Paket für mich? Ich kann nicht glauben, dass ich ein so großes Paket bekomme. Ist das Paket für mich? Meine Tochter schaut mir im Garten zu und hilft mir bei der Arbeit. Meine Tochter schaut mir im Garten zu und hilft mir bei der Arbeit. Gemeinsam im Team erzielen wir optimale Resultate. Gemeinsam im Team erzielen wir optimale Resultate. Gemeinsam im Team erzielen wir optimale Resultate. Welche Erdbeeren soll ich kaufen? Die große oder die kleine Schale? Welche Erdbeeren soll ich kaufen? Die große oder die kleine Schale? Welche Erdbeeren soll ich kaufen? Die große oder die kleine Schale? Die Wahl zwischen Nass- und Trockenrasur hängt von persönlichen Vorlieben und individuellen Bedürfnissen ab. Die Wahl zwischen Nass- und Trockenrasur hängt von persönlichen Vorlieben und individuellen Bedürfnissen ab. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Bis zum nächsten Mal.